Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crystal Dragon. Vor uns liegt ein kleiner, unschuldiger Schlüssel. Ich weiß noch nicht, ob das Spiel uns dann wieder den Boden unter den Füßen wegzieht, aber ich habe schon einiges mitgemacht in der Pause. Und zwar hatten wir ja Ende der letzten Folge ein Auge hier auf die Druckplatte gezogen und dann dreht sich ja hier irgendwie alles einmal weiter und dann kommt man ja wieder beim Eingang raus und dann kann man das Auge ja in Ruhe tot machen. Und so habe ich dann gefühlt 100 Augen, in Wirklichkeit waren es glaube ich vielleicht 3 oder 4, getötet. Hat sich aber angefühlt nach 100 und ja, da waren die tot. Und dann sind mir noch vier Knöpfe aufgefallen. Da jeweils, da auf der anderen Seite, hier hinten ist einer und dann nochmal hier ist einer. Da habe ich dann drauf rumgedrückt und irgendwann hat sich dann diese Wand verabschiedet und ich bin voll in das nächste Auge reingelaufen. Das Auge hat sogar vergiftet. Aber alles ist jetzt zuerst mal gut. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt habe ich die Leute wieder einigermaßen fit und jetzt hole ich meine Lieben nochmal dabei. Und dann schauen wir, was das Spiel mit uns tut, wenn wir diesen Schlüssel an uns nehmen. Kein Klack. Okay, kein Klack ist in dem Fall ein gutes Zeichen. Dann packen wir den Schlüssel ein. Ich glaube, so ein Schloss habe ich schon gesehen, wo ich gesagt habe, das ist so wie der da nur in Silber. Das haben wir irgendwo gesehen. Wow. Ich bin jetzt erst mal erleichtert, dass der Boden da geblieben ist und alles Gutes. So, dann hatten wir hier nochmal so ein viereckiges Schloss gesehen und das war ja die Schatzkammer. So, dann gehe ich davon aus, dass damit dann die Schatzkammer aufgeht. Und Moment, bevor wir das machen, sollten wir noch Verwirrung in Anschlage bringen. Sonst kann sie übel enden. Ja, ich habe hier Entgiftungsflächchen benutzt. Wir haben noch drei Stück, aber mir wäre es lieber, wenn wir das zaubern könnten. So, Verwirrung ist im Anschlag und wir lassen die Hölle los. Ähm, okay. Vergesst, was ich vorhatte, das geht nicht. Auch wenn das Schloss, glaube ich, genauso aussieht wie das nebenan. Irgendwie schon, aber geht der dann? Nö. Dann, gut. So viel zu dem Plan. Dann suchen wir uns was anderes. Auch kein Thema. Oh, nein. Hier geht nichts. Und dann versuchen wir hier unser Glück. Oh, das knallt hier überall noch. Also, es gibt hier noch Augen und ich will aus diesem Level raus. Sowas von raus. Das ist so anstrengend mit diesen Augen. Und ja, ihr kennt das Drama. So, hier kommen wir also auch nicht weiter. Ähm. Dann steigen wir hier nochmal rauf. Und dann sind wir ja wieder Richtung Eingang unterwegs. Genau. Da hatten wir, glaube ich, eine Nische gesehen, aber da kommen wir zuerst mal nicht hin. Dann drehen wir mal hier einmal weiter. Gefühlt ist es wie so eine Rundtür am Eingang von Einkaufszentren oder so. So, hier hatten wir ein Schlüsselloch. Ah, nee. Der Silberne da unten war der Neue. Die anderen hatten wir schon versucht. M-m. Ich habe immer Angst, dass gleich ein Auge hinter uns steht. Oder fliegt. Ihr wisst, was ich meine. So, dann. Ah, das ist das, was nach dem Schlüssel aussieht. Dann lassen wir mal die Hölle los. Ähm. Moment. Ja. Ähm. Nachbaffen und dann mit Verwirrung im Anschlag die Tür öffnen. So, Jungs. Ja, es grunzt auch schon. Oh, heirate. Kleiner Snack zwischendurch. So. Okay, das hat funktioniert. Ähm. Hallo? Spiel? Wer will da rein? Nimm mich rein. Okay, den Schlüssel hat es geschluckt, aber irgendwie geht es trotzdem nicht weiter. Da liegt noch Fleisch. Da ist noch eine Ratte. Wer braucht schon lecker Fleisch, wenn man Ratten essen kann? M-m. Frische Ratte. M-m. So, aber wieso gehen die Tür nicht auf? Hat der einen Schlüssel? Ah. Ah, das könnte jetzt die Tür gewesen sein, oder? Jo. Was haben wir jetzt rausgelassen? Nein, jetzt ist ganz falscher Zeitpunkt, um Buffs auslaufen zu lassen. Äh, Schild. Dann nochmal zurück auf Bad und das richtige Buch wählen. Hallo erst. Wow. Okay. Hier ist nichts und niemand und noch ein neuer Schlüssel. Okay. Wow. Ähm. Puls wieder runterfahren. Keine Augen in Sicht. Alles wird gut. Okay, dann hätten wir ein Äpfelchen und noch ein Äpfelchen. Eine magische Frucht? Ne, das ist nur ein Apfel. Dann darfst du den verspeisen und die magische Frucht nehmen wir aber mit. Keine Ahnung, ob man das jetzt direkt essen soll oder ob wir das noch irgendwo brauchen werden. So, wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Hm, das könnte jetzt dieses goldene Schloss sein, das wir vorhin gesehen hatten. Aber dieses Gegrunze, das macht mich irgendwann noch wahnsinnig. Karte. So, dann hätten wir... Ah, genau, hier war, glaube ich, das goldene Schloss, was ich meine. Dann gehen wir dort mal hin. Nehmt man das saftige Steak für unterwegs mit? Genau, das ist das, was ich meine. Vorbereitungen treffen, Verwirrung im Anschlag. Äh, nochmal Karte gucken, dass ich weiß, wo wir hinlaufen. Wir laufen zurück Richtung Dings, falls uns ein Auge verfolgt. Plan ist gemacht. Äh, der Schlüssel passt eh nicht. Warum mache ich immer Pläne? Äh, nehmen wir das Steak mit. Für später. Okay, ich mache keine Pläne mehr. Spiel möchte es eh nicht hören. So, hier nehmen wir noch zwei Türen, dann schauen wir dort mal, ob dort irgendwo der goldene Schlüssel passt. Ähm. Von der Seite sagt... Ja, so sieht's golden aus. Und so nicht. Äh, Steak hinlegen. Schlüssel nehmen. Bad anpeilen. Ähm, ja. Dann lass das Deck mal hier. Wie kommt ihr hier wieder zurück? Dann hier. Oh, Auge. Ich seh dich. Okay, dann, äh... Milikanus, jetzt nicht, bitte. Junge. Licht, danke. Wow. So. Auge, komm mal bitte her. Sei kooperativ. So. Ja, und ein anderes Auge schießt von der Seite. Ähm, ja, und wir sind verwirrt und, ähm... Ja. Bad entwürde ich mal bitte. Mal nachwirren. Wundert mich, dass das Auge hinten dran uns nicht trifft. Aber soll mir jetzt zuerst mal recht sein. Oh, da ist noch mindestens ein Auge. Wir gehen mal kurz um die Ecke. Äh, und warten, bis uns ein Auge entgegenkommt. Können Sie mal bitte kommen? Ja, mit denen muss man so zögerlich spielen, sonst wird das erst recht nix. So, verwirren. Ja, jetzt schießt das Auge von der Seite. Dann hoffen wir mal, dass das Auge... Äh, ah, da ist es. Ja, genau, lauf du darüber, dann können wir dich vielleicht in Ruhe umklopfen, bis dein Kollege um die Ecke kommt. Aber das ist verwirrt. Okay, das Auge ist tot. Ähm, wir sind kurz verwirrt. Warten wir mal kurz. Ja, da kommt das Nächste. So, umkloppen. Warte her. Die Augen sind, ähm, ja, Fingerarbeit, beziehungsweise muss man mit Fingerspitzengefühl rangehen, sonst ist man schneller tot, als man gucken kann. Äh, da schießt ein Auge von der Seite. Bad ist verwirrt. Multicanos auch. Scheibencluster. Ähm. Feuerball ins Gesicht. Wir parken mal rückwärts ein. Und Haaren der Dinge, die da kommen. Beziehungsweise der Augen, die da kommen. So, Bad, wieso bist du jetzt schon verwirrt? Oh, 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 oh. Zweites Auge. Äh, wir ziehen uns mal kurz dezent zurück und schlafen eine Runde drüber. Vor allen Dingen, Bad sollte eine Runde schlafen. Äh, Daumen drücken, dass die Augen uns nicht erwischen beim Schlafen. Äh, ja, sag ich doch. Verwirrung und hoffen, dass wir es tot bekommen, bevor ein Kollege kommt. Bleib hier. Äh, das waren Luftlöcher. Okay, wow. Ein weiteres Auge tot. Äh, da ist noch eins. Äh, ja, wir sind verwirrt. Mutikanus, bei dir geht's noch. Ah, Bundschild ist ausgelaufen. Das ist natürlich fatal. Verwirren und draufklopfen. Bist du der Letzte? Ich glaube, ich höre noch entfernt nochmal Einschläge. So, macht's tot. Ich weiß nicht, ob dort noch eins drin ist. Ich hasse sie. Ich weiß auch nicht, ob uns sonst noch eins entwicht ist. Äh, hi. Verwirrung und draufklopfen. Ah, ich trau mich da nicht rein. Nochmal dezent warten. Irgendwas krummelt hier. Das ist spooky. Man hört halt auch nicht, von wo die Geräusche kommen. Ja, Mutikanus ist verwirrt. Dann kann Bad noch laufen. Kommt mal bitte irgendjemand. Na gut, dann gehen wir um die Ecke und schlafen nochmal eine Runde drüber. Lassen wir die Augen zu uns kommen und erholen vor allen Dingen nochmal Bad's Ausdauer. Ja, sag ich doch. Wo ist er hin? Da. Verwirrung und draufklopfen. So. Bist du der Letzte deiner Art? Bisher schießt man nichts von der Seite. Aber ich höre noch andere Geräusche. Mutikanus hat sich, glaube ich, verletzt. Macht's tot, bitte. Macht's tot. Nee, sonst ist hier keins mehr. Okay, du bist der Letzte. Äh, das... Naja gut, das letzte Auge, aber egal. Äh. Nicht ganz so hübsch wie das letzte Einhorn. So, und wieder ein Schlüssel. Wir haben ja kaum Schlüssel. Äh, so. Wieder ein goldener Schlüssel. Ähm, Mutikanus hat sich in den Kopf gestoßen. Dann schauen wir uns erstmal da nach. Und buffen nochmal Kraft. Und irgendwo höre ich noch Einschläge von Feuerbällen oder was auch immer. Kurz die Ruhe genießen und schlafen. Dann schauen wir uns um, was wir hier erbeutet haben. Oder was wir jetzt, ähm, an hoffentlich schönem Loot hier finden werden. Genau, das weiß man nicht. So, fortsetzen. Karte gucken. Mh, ja. Ein kleines übersichtliches Räumchen. Wir schauen uns um. Vor allen Dingen nach Schaltern. Dann. Mh, mh. Keine Schalter. Okay. Dann ist, oh, wahres Sicht ist ausgelaufen. Das ist nicht gut. So, dann hätten wir das. Dann schauen wir nochmal um die Ecke, ob dort jetzt der Schlüssel passt. Und wenn nicht, müssen wir nochmal uns eine Runde weiter drehen gehen. Und trinken könnten wir dann noch. Ja, nimm schon mal das Steak. Ah, ne. Da war da das Schlüsselloch, ne? Ja. Das ist der neue Schlüssel. Passt nicht. Okay. Dann gehen wir zum Brunnen, den wir hier um die Ecke schon freigelegt hatten. Und trinken uns dort nochmal voll. Und dann nochmal zum Drehkreuz. Was ist ausgelaufen? Schild. Es kann jetzt sein, dass hier irgendwo noch ein Auge rumläuft, das uns entwicht war. Die sind nämlich schneller, als man denkt, im ganzen Dungeon unterwegs. So. Fleißig getrunken. Dann, ja. Geht's hier eine Runde weiter. Wir sind jetzt wieder hier. Da ist nochmal die Schatzkammer. Aber da sollte der neue Schlüssel eigentlich nicht passen, weil das Schloss so aussieht. Aber man weiß ja nie. Ich glaube eher, dass der da passt. Nein, passt der nicht. Nochmal Bat in Anschlag bringen. Passt auch nicht. Okay. Dann suchen wir uns ein anderes Schloss. Was haben wir denn sonst noch offen? Die beiden haben wir jetzt gecheckt. Da waren wir. Hier oben. Und hier ist... Ah, nee, hier ist noch eine Tür. Okay. Dann gehen wir nochmal ins Drehkreuz. Rums. Und nochmal Rums. Oh. Ah, war klar? War klar? Kann man es mal bitte ums Eck? Ist das schon weitergezogen? Nee. Oh oh. Ja, wir schießen mal zurück. Ähm. Ja, das war daneben. Die kann aus dem Mauer Wunden heilen. So. Eins ist links abgebogen. So, dann haut das mal bitte ein bisschen. Ihr müsst dringend mehr Schaden machen. Ja, genau. Die Richtung ist uns eigentlich ganz recht, weil dann gehst du nämlich von deinem Kollegen weg. Ah, nein. Du schießt bitte nicht auf uns. Äh, da ist er. Ja, jetzt sind wir wieder in der anderen Kammer, wo ich das Kifftauge gefunden hatte. Ich habe nämlich die Schalter gesehen. So, Bart hat die Kreatur wieder verwirrt. Kreatur tot. Wir schlafen eine Nacht drüber. Mann, was bin ich so froh, wenn wir aus diesem Level raus sind und ich hoffe, dass es nur in dieser Ebene es diese Augen von Ariad gibt, weil der Level ja schon so heiß. Aber ja. Kann auch einfach nur eine Wunschvorstellung sein. Äh, Moment. Ich laufe ohne Sinn und Verstand dagegen drum. Ah, da unten wollen wir hin. Was ist ausgelaufen? Kraft ist ausgelaufen. So. Ah, da ist ein... Kein Auge mehr? Okay, alles klar. Alles gut. Wir haben nur ein Loch. Und... einen Schlüssel dahinter. Karte. Nee, Karte mit Multicanos. Wegen wahrer Sicht und so. Ah. Ja, ich glaube, das Loch existiert nicht. Da ist nämlich in unserer Realität eigentlich ein Loch. Ah, mit Multicanos sieht man das auch nicht. Ah. Okay. Das Loch ist nicht da. Kommt das Loch, wenn wir den Schlüssel nehmen? Nein, kommt es nicht. Okay. Einpacken. Jetzt haben wir so einen viereckigen Schlüssel. Spiel, warum bewirschst du uns mit so vielen Schlüsseln und... Na, egal. Mehr Schlüssel, wenige Augen. Da wäre ich dabei. Okay. Dann hätten wir... das Schloss hatten wir gerade benutzt. Dann sind wir hier fertig. Dann drehen wir uns eins weiter, versuchen noch mal diese Tür. Weil ich mache mir jetzt keine Gedanken mehr, wie die Schlüsselläuche aussehen. Das hat, ich glaube, keinen Zweck. Ich plane nicht mehr. In diesem Let's Play nicht mehr. Spiel sagt nämlich immer Nein. Nein. Du hast falsch geraten. Nein. Ich mache es anders. Na klar. Ich habe es verstanden. So, dann biegen wir jetzt hier links ab. Und schau mal. Nee, das passt nicht. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Versuchen es zumindest. So. Zurück geht es da vorne links. Dann drehen wir uns eins weiter. Und da hatten wir die Schatzkammer und noch einen anderen Raum. Gehen wir einfach mal wieder Schlüssel testen. So, bei der Schatzkammer habe ich besonders Angst. Das könnte doch so ein viereckiger, goldener Schlüssel sein. So, Bad im Anschlag. Ha, Funst. So, hallo erstmal. Da ist ein Knöpfchen. Lassen wir uns erstmal die Finger weg. Greifen uns die Ratte. Und es krummelt schon wieder. Ei, Ratte. Wir brauchen Nervenwahrung. So, also einen Knopf habe ich direkt neben dem Eingang gesehen. Da ist keiner. Obwohl, ich dachte, ich hätte einen gesehen. Ah, da war der. Okay, dann schauen wir mal mit wahrer Sicht auf die Karte. Und drücken mutigerweise den Knopf. Äh, Boom. Ah, da geht's jetzt weiter. Okay. Und irgendein Buff ist ausgelaufen. Da kümmern wir uns direkt drum. Das, ja, ist der Gruppenschild. So, sitzt wieder. Und dann haben wir eine Nische gefunden. Und irgendwas anderes hat Boom gemacht. Ah, ich glaube, da geht's jetzt weiter. Ah, das ist ein normaler Apfel. Dann pack den mal ein. Oh oh, war irgendwie klar. Nein, andere Richtung. Lauft mal bitte, ja, so in die Richtung. Dann bringen wir Buttonanschlag und warten auf das Auge. So. Und draufkloppen, was das Zeug hält. Und hoffen, dass das Auge alleine war. Ah, schau mich nicht an. Schau irgendwo anders hin. Ich wähne uns in Sicherheit. Ich führe auch keine Einschläge. Schau in die andere Richtung. Und laufe nicht von mir weg. Verwirrung. Neuer Schlüssel, wär jetzt gedacht. Mhm. Okay, Mutti Canos, dann darfst du das Äpfelchen essen. Ja, und nochmal den Silbernschlüssel. Nein, ich werde nichts dazu sagen, wo das passen könnte. Nein. Passt bestimmt hier hinten, auch wenn das Schlüssellof jeglich und golden ist. Jetzt, oh, es sind viele Dinge ausgelaufen. Und zwar Kraft und wahre Sicht. So, und dann hauen wir uns kurz in die Ecke wegen Bad und dann ziehen wir weiter. Ähm, ausruhen, danke. Meine ich das nur oder kam das Klacken der Löcher, Platten, Dinger da näher? Aber lieber Löcher als Augen. Ah, ich sehe einen Apfel. Ähm. Bricht die Hölle los, wenn wir den Apfel nehmen? Karte. Hm. Ja gut, wir haben einen Schlüssel bekommen. Dann kann der Apfel vielleicht einfach nur ein Apfel sein. Okay. Wir haben einen Apfel, den nehmen wir für die große Pause mit. Und schauen mal gegenüber, ob wir jetzt in die Schatzkammer reinkommen. Auch wenn die Schlüsselfarbe nichts mit dem Schloss zu tun hat. Nein. Okay, ich habe es doch gesagt. Hm. Dann drehen wir das Rad. Nee, dann sind wir im Eingang. Da haben wir nichts zu tun. So, hier waren wir auch fertig. Langsam gehen uns die Türen aus. So, dann hatten wir hier noch eine Tür. So, immer dem Apfel nach. Genau. Schlüssel ablegen, Bad in Anschlag. Okay. Zumindest ging die Tür nicht automatisch auf und die machen wir dann erst in der nächsten Folge auf, weil jetzt noch mal sterben wäre älgerlich. Also, bis gleich. Tschüss. Vielen Dank.